warum sind die so viele türen warum ist hier wasser dieser ort ist wirklich wird nah okay so i guess that's a no from me you fall off the rich into a mosquito infested pond of water with your last ounce of strength you swim to the water's edge once you regain your composure you realize that everything is completely silent no sign of your pursuit you lost your lantern in the water your head is still hurting so you decide to rest a few minutes by the water the pain is unbearable little by little you get up and decide to keep going wir haben die lampe verloren manno schade wollte so gerne noch weiter eine lampe haben die alle zwei minuten störungen hat oh lol guck mal ach das ist eine person das wäre eine statue und jetzt kollektive nein kollektive nein ist so nah und auch so fern nein komm ich an mein kollektive nein zu weit gesprungen ich kann auf den rangrand springen nicht dass sie mir mein kollektive vor enthalten das ist halt auf so einer zwischenstufe da komme ich halt nicht mehr hin dann also muss es ja irgendwo hierüber machbar sein liegt irgendwo eine kiste rum nein bleib heil bleib heil was ist hier eigentlich nur müll das ist übrigens die andere seite wo wir am anfang waren wenn ihr einfach raus aber wir haben halt die flasche wein noch nicht ich raste aus aber ich falle hier auch einfach durch diese dinger durch es kann ja auch nicht angehen ich will jetzt mein katzenbild haben gib mir mein katzenbild das ist das einzige gute was ich hier noch habe ja will ich genauso du bist stabil du bist du bist slightly brauner als die anderen irgendwas sowas auf ja blick shop auf ich will nicht sein dass dieses collectible so kurz um meiner nase hin und her schwängelt und ich es nicht krieg ähm ähm bot senpai ähm well shit das kann ich mir da jetzt gleich wieder hoch müssen oder hätte ich hier weiter rein egal wo ich will einfach nur mal in irgendeine kiste voll wieso Ah, das hatten wir ja schon mal. Ich habe es schon mal gelesen. Wo ist denn eigentlich der Schlüssel jetzt? Oh Gott, Radbert! Ich glaube hier steht nämlich dasselbe, ne? Ja, das heißt wir müssen ja wahrscheinlich wieder oben lang. Ich muss hier irgendwas mitnehmen können. Ich brauche dieses Katzenbild. Okay. Okay. Ja, moin. Ich weiß nicht, können wir jetzt bei dem gruseligen Mann... Ah, wir können jetzt die Tür bei dem gruseligen Mann öffnen. Aber so komme ich immer noch nicht an meine Katzenbilder, oder? Das ist meine einzige Sorge. Wo ist eigentlich unser Boot inzwischen hingetrieben? Boot? Booty? 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 Es ist traurig, aber... Doch... Vielleicht wirklich nicht, wie ich hier hinkommen soll... Gibt es vielleicht noch eine andere... passage. Ach guck mal, der Dude ist weg. Den ich für eine Statue hielt. Ja, ich könnte hier natürlich rein. Oh, das hatte sogar kurz geklappt. Aber hier komme ich auch nicht zur Katze. Nee. Jetzt müsste ich ja da hinspringen. Das Spiel mobbt mich. Ich müsste nur hier hochkommen. Komm, gib mir die Notiz. Ich bin so nah dran. Kennt ihr, dass ihr nämlich so an irgendwas festfahrt? Bei mir ist das gerade diese scheiß Katzen-Notiz. Ich darf nicht auf dem Rand hier langlaufen. Darf ich dann hier den Rand? Ich habe aber auch nichts mehr gefunden, wo ich mich draufstellen dürfte, na? Ich habe mir noch nie etwas so sehen. Ich habe es gewünscht, wie dieser Zettel, der hier liegt. Ich gebe es auf. Okay. Ich weiß, es wird langweilig. Ich gebe es auf. Vielleicht kommen wir durch ein Wunder da noch hin. Ansonsten muss ich für immer unglücklich sein und in tiefster Trauer sterben. Nein, jetzt. Und jetzt werden wir geschlachtet. Gott. Ja, geschlachtet. Oh mein Gott. Okay. Oh. Da gehen sogar meine Kopfhörer aus. Oh. Ich halte jetzt hier lang. Ist eh viel schöner. Ach so. Und dann sind sie plötzlich unzerstörbar. Könnt mich alle mal. Aber wenn ich so ein Fass brauche, ne? Oh. Die Box ist stabil. Aber komme ich mit der so weit gesprungen? Leute. Das könnte die Box sein. Das ist die Box, die wir brauchen. Die Box, die wir uns schon immer gewünscht haben. Oder? Box, lass uns nicht im Stich. Ich muss, ich muss mehr Anlauf nehmen dürfen. Nein. Die Box reicht nicht. Doch. Sie muss reichen. Warum kann ich hier nicht rauf? Box. Box. Das kannst du mir nicht antun. Dann muss ich mich, ich muss noch näher ran, um mich hochzubacken. Box. 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 Dann lese ich den Zettel vielleicht durch den Boden. Kann ich das vielleicht? Mich von da drauf stellen? Und es durch den Boden lesen dann? Ein bisschen mehr her, Box. Keine Scheu. Mr. Box. Komm schon. Ich bin so nah dran. Ich bin so nah dran. Hilfe, die Box zerstört alles. Haben wir noch eine zweite Box? Ich wusste, dass es passiert. Es ist literally eben schon passiert. Jetzt kommt der Zug. Ah, Chuchu. Ich hoffe, jetzt kommen wir hier durch. Ach so, klar. Noch einer. Oh, ich darf wieder nicht rennen. Vielleicht können wir für jeden Tod eine extra Box? Das wäre super. Ich glaube, wir kommen echt nur von oben, wenn dann hier runter, oder? Oh, jetzt kommt er plötzlich von hier. Oh, jetzt kommt er plötzlich von hier. Da kommt dann reicht's mir aber. Oh, no. Tschüss. Oh, fuck it. Oh, fuck it. Wait, ist das schon weg? okay tschüss ja moin nie kein groß bei hier ist warum ich möchte jetzt nur gucken was in die richtung ist ok nichts freiheit aber wir haben immer noch kein wein oh die brücke von der geredet wurde oder so sieht sie eigentlich voll schön aus guck mal warum ist das sprungbrett am wasserfall hier da könnten wir hinkommen oder auch nicht im in das ziel aus als wäre es bespielbar es würden wieder früher oder später hinkommen but not now i guess ok also ich deute die zeichen die mir gegeben werden und die sagen hier gibt es noch einen entspannten naja entspannten weg runter seid ihr schon mal vom 5-meter-turm gesprungen ich bis mich ja schon beim 3-meter-brett ein backflip oh wir sollen sollen gar nicht Oh, my gosh. Okay, wir haben Schlange, Türrahmen und wieder komische Brezel. Nee, wie haben wir es genannt? Sieht eigentlich aus wie so ein Aufziehrädchen, ne? Für so eine Spieluhr. Okay, Schlange, Türrahmen, Aufziehrädchen für das Spieluhr. Vielleicht passt es ja schon. Dann gucken wir mal. Hast du Kisten jetzt? Kisten haben mich verraten. Kisten haben mir keinen Katzenbilder gegeben. Und jetzt schau nur, was du davon hast. Ja, das mache ich mit allen. Mit deiner Familie auch. Mit klein Timmy. Timmy. Ich darf es literally nicht mit Timmy machen. Timmy. Okay, also wir kommen auf jeden Fall da auch wieder zurück. Und wir sehen auf jeden Fall, dass der Türrahmen ein Auge ist. Der Türrahmen ist ein Auge. Und die haben wir hier gar nicht. In unserem Rätsel. Was ist das für eine Trollscheißer? Das Dreieck ist ein hässlicher Dreizack. Oh, das ist jetzt verführerisch. Vielleicht geht es jetzt für Katze. Hui. Hui. Der Türrahmen ist natürlich schon ein Dreieck. Wer hat das zugenagelt in der Zwischenzeit? Wer hat das in diesen zwei Sekunden zugenagelt? Okay. Nee, seh ich jetzt gar nicht ein. Hahaha. Ihr könnt mich nämlich mal. Oh. 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 Es hat mich weggeguckt. Was? Als ob ich nur von dem einen Ding dahin springen darf. War ich nur von der anderen Seite dahin? Warum habe ich diese Blurry Vision? Achso, ich bin erschöpft. Huh, 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 huh. Cool. Cool. Jetzt ist die Frage, es ist ja jetzt zugenagelt, oder? Wie komme ich denn da jetzt nochmal hoch? Achso, wait, das war der. Oh wait, hier werden noch zu, ne? Oh, das ist mir schon wieder zu viel Commitment hier. Ich will schon eigentlich noch das austesten hier. Seht ihr das, wie ich weggeguckt werde? Das ist so dreist. Okay, ich dachte, dass da unten vielleicht irgendwo noch Hinweise sind. Warum ist hier jetzt kein Rätsel mehr? Wo ist unser Rätsel mit den Augen hin? Wie ist das denn jetzt passiert? Ja, aber das ist doch komisch. Ich muss jetzt einmal kurz nochmal hier hinten nachgucken. Ob sich hier jetzt auch was verändert hat. Hier ist jetzt alles zugemauert. Ne, hier war schon alles zugemauert. Ähm. Was habe ich genommen? Objective. Das ist ein Menü. Was habe ich aufgenommen? Hä? Okay. Wait. Hier war es gerade wieder. Was nehme ich da auf? Das ist, das ist das Gruseligste, was bisher passiert ist in diesem Game. Ich sitze ja auch, Schäpp, ey. Okay, wir müssen in die Flammen, Leute. Es führt keinen Weg drumherum. Unser schönes Rätsel ist weg. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Ach, cool. Oh, da wird mir ja gar nicht schlecht. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, oder? Oh, nee, Kannibalismus. Das glaube ich noch nicht. First, they blamed us for the devil's fevers. Typical immigrants and poor people always get the blame. Why don't any of you dare stop working at the winery while cases of the fevers keep going up and up? When we rebelled, destroying all the bottles of wine we could find to damage the economy, then they came looking for the leaders and organizers. So we stained our sheets with the wine and hung them from our balconies. If you judge one, judge us all. Then we were confined to our ghetto. No way of getting more food or water. A dead dog can spread rabies. They drove us to insanity. They starved us to death. We had no choice but to take up arms and try to get out by crossing the bridges by force. They massacred us. But many saw that jumping from our windows into the river was an option, even though it meant risking their lives and the waterfall. Many did that. Whole families with children. Even the elderly who couldn't swim. The alternative was dying of hunger. Finally the worst came. Cannibalism. Cannibalism. Oh. Also wenn das weiter hier alles so schief ist, werde ich hier auch zum Kannibalen. Ich habe leider ein bisschen Motion Sickness. Oh Gott, hier ist wieder gerade. Mann, die... Oh. Ich hoffe es aber jedes Mal, mich damit reinzulegen, ne? Dass ich einfach durch den Boden irgendwo hinfall. Es passiert jedes Mal. Oh. Couple goals. If we go down, yeah, we go down together. Warum sind hier so Steine drin? Fuck. Okay, ich kann... Wer spielt hier Klavier? Ist das die Person, die auch alle Kerzen anzündet? Ist das so eine Cozy-Vibes-Person, die irgendwo ist und sagt, ey, wir haben hier zwar Pesto und Cholera und richtig beschissene politische Lage und Verbrechen gegen die Menschheit und alles geht vor die Hunde, ist schlimm und alles riesige Katastrophe. Aber irgendwie so ein bisschen Cozy fände ich schon ganz nett. Ein paar schöne Kerzen, ein bisschen schöne Musik. Ach, guck mal, hier bin ich eben... Wäre halt cooler, wenn die Cozy-Vibes-Person mehr als eine Note spielen könnte. Aber das sind ja vier, ne? Ah. Düm, 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 düm. Ah. Betet, oder? Böhm, böhm, böhm. Awww. Süß. Düm, düm, düm. Wer hat die Tür hier wieder zugemacht? Düm, 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 düm